Mein Name ist Florian Ibig, ich bin der Geschäftsführer von Turtal Treuhand. Wir sind ein klassisches Treuhandbüro, machen Bruchhaltige, Steuererklärung, Spürberatung und viel Unternehmensberatung. SwissList trägt zum Erfolg von dem KMU bei, indem es Kanäle bündelt. Online ist Zukunft. SwissList wird sicher vermehrt zum Erfolg beitragen, indem wir online präsenter sind. Für uns als Turtal Treuhand ist online Präsenz ganz so wichtig wie eine gut geführte Bruchhaltung. KMU bei, indem es Kanäle bündelt.